Nja! Willkommen zurück zu... äh, jetzt hier's kurz Zwischendingsie. Äh, links Gesicht! Guten Tag! Um 23.01 sagt man guten Tag! Hm, sorry, ich wollte das jetzt nicht so komisch machen, aber meine Nase hat gekratzt und ich musste ganz direkt daran kratzen! Dann hat sich das so angehört. Hoffentlich ist das so in Ordnung für euch. Ist das so? Ich weiß nicht, wie ich bin. Sie laufen bestimmt mehr als... eine Person lang. WTF, man? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alle daun, alle daun! Defusing! Jetzt wird defused. Defused! Oh, Kevin. Wie ist ihr? Ja, wie geht ihr? Ich bin jemandem, Kevin. Ich bin einst. Oh, ich hab's mit dir fassen. Lär! Hier, wo, wo, wo? Ich werde jetzt gleich in die Fasse. Oh, man! Direkt kassiert! Vom Schali! Ja, ja. So kann es gehen, ne? Hier habe ich noch... Also ich weiß ja nicht, was ihr so macht, na, wenn ihr so, weiß nicht, Schokolade isst oder so und das halt so in Papier eingewickelt ist. Faltet ihr das? Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Video gefragt. Das war, glaube ich, Rainbow Six und da habe ich mich mit Leo darüber unterhalten, ob er das Papier faltet. Ich glaube, da hatte ich auch so Marzipan-Dinger gegessen und ich falte das halt immer. Aber ich falte das auch immer unterschiedlich. Momentan falte ich Dreiecke. Das war kein Dreieck, das war ein Viereck. Jetzt drei Dreiecke und ein Viereck. Also habe ich schon vier Marzipan-Dinger gegessen. Krass, oder? Oh Mann. Zum Glück bin ich überhaupt nicht durch. So, und jetzt mal Weihnachten und das nächste große Event ist dann Silvester. Wo ich am liebsten Counter-Strike spiele. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung an Silvester. Ja, so ist das. Empfehle ich jedem, der gerne Counter-Strike spielt und der so einen richtig entspannten Tag haben will. Einen richtig schönen entspannten Counter-Strike-Tag, dem empfehle ich auf jeden Fall an Silvester Counter-Strike zu spielen. Das sind jetzt halt so Menschen gegen Feierhandeln. Also das mache ich nicht, deswegen darf ich das. Darf ich schön entspannt sein. Darf ich eine schöne, entspannte Person sein? Also ich will jetzt nicht von mir selber behaupten, ist ja schön. Ja, also das überlasse ich jedem. Das ist seine. Das würde ich nämlich nie von mir selber behaupten. Habe ich den getroffen? Ich habe den getroffen! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und sowas trifft man was? Das ist krass, oder? Das ist... Sowas geht. Das heißt ja, Jack Procedor. Weiß nicht, ob man das so ausspricht. Aber ich würde das so lesen. Los Jungs, mach mal ein bisschen hin hier. Go, go, go. So. Der Maggi-Typ wieder am Start. Hatten der da noch dabei? Kann das auch werfen? Oder nur die Gran... Also nur die Granate. Was ist das in der anderen Tasche da denn unter? Also hier am Arsch ist das hier die Pistole. Ist der mehr als ich in der Smog? So, das ist die Arschpistole. Steckt aber wirklich im Arsch. Nicht im Gürtel und auch nicht in der hinteren Hosentasche, sondern... Also... Moment, nicht im Arsch, sondern in der Hose. Nicht im Arsch. Das ist so ein bisschen fertig. Und das Messer, das fliegt an Bein. Also ich finde, wenn die... Warte mal... Oh, jetzt sind alle Zittis tot. Ich wollte nur bei den Zittis abchecken, was bei denen da so rumhängt. Fliegt! ... Das ist dann sterben. Das ist doch nicht! die smoke nutzen gleich nutzen zu verpissen keiner mitte guckt also sind wir denn überhaupt ist also klar ich habe schon am anfang so richtig schlecht daneben geschossen dass ich mir vorhin noch die also ich habe gefragt wie viele leute hier sind und da wollte ich doch irgendwas gewinnt ich bin wieder weg auch die ist schon wieder weg oh mei das sieht nicht gut aus für momentan füge einfach die gelben das ist eigentlich gelb oder zu was in der farbe zählt das ich kann das nicht ich bin wieder weg das ist schon mal so oh mein gott Hier kommen keine Korps. In der Mitte sind auf jeden Fall zwei. Oh oh. Kommt mal da. Hoffentlich ist keiner auf A. Hoffentlich ist keiner auf A, meine ich natürlich. Ich weiß nicht, wo die letzten beiden sind. Keine Ahnung. Da kommt was. Ist das hinter mir? Oder da direkt Mitte? Ich kann das nicht zuordnen. Ich kann das einfach nicht zuordnen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hinter mir was und vor mir was. Vielleicht ist der auch einfach auf K. Oder auch nicht. Oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade schon T-Base gehen. Ich kann da was abchecken. Sorry, wenn das irgendwie laut kam. Ich muss die Kante ausatmen. Die war ein bisschen besser. Ah, die ist tatsächlich noch verdammt. da ist noch jemand. Kann auch noch Mitte was kommen. Wir sind hier die drei alleine. Bestimmt Mitte irgendwas. Was? Mit dem Fleck da auf meinem Bildschirm. Wie soll ich das nur überleben? Mit dem Fleck auf dem Bildschirm. Oh, der kommt jetzt. Der Bot. Der Bot. Oh, der macht ja voll die Steps. Der Arsch. Wow, und der hat ihn trotzdem nicht registriert. Krass. So, jawohl. Da die Pistole ist richtig gut eingesteckt, ja. Das Messer, das fliegt da auch rum. Soll das vielleicht so aussehen, als wäre das so an dem Gürtel drin festgemacht. Aber es fliegt einfach nur. Aber dafür ist die Pistole schön eingesteckt. Da hängt noch irgendwas, so ein Haken da dran. Oder was ist das? Ich dachte, das ist ein Handschellen. Aber das macht keinen Sinn. Das ist irgend so ein Haken. Das ist ja Spezialeinsatzkommando oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie die Daten in Englandern hießen. Hey, leise. Dich versteht keiner. Waffe Uhr! Aufhör! Von Englander, äh... Das? SRS? Was ist die Bombe? Warum ist die Bombe? Hm... Ist das so? Oh, hab ich gepennt. Haha, hab ich richtig gepennt. Wir werden immer weniger. Aber wir bringen das hier noch schnell zu Ende, ne? Nun werden wir immer drüben. Was denn das so abgeht? Ne, ich freu mich. Komm, 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 komm. Komm, komm. Wir haben eine Schmerz. Wir haben eine Schmerz. Mitte oben ist was. Einer, der dir alle killt. Ach natürlich. Super, ich bin die Letzte. Dann kommt der Mitte und dann kommen noch zwei Rampe raus. Warum genau in dem Moment? Ihr Säcke und der trifft mich. Ich dachte, ich glaube jetzt nochmal on-spot. Ich hätte einfach auf den Zug gehen sollen und die planten lassen sollen und dann irgendwie das machen. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, Mann. Ach, der ist auch schon T-Spot am Start. One less. Ich bin mir richtig zerfetzt. Ey, das stimmt überhaupt nicht one less. Verzeige ich euch. Oh mein Gott. Jason ist echt ein Bot. Oh mein Gott, Jason. Jason. Fuck. Ich hab' ich gefühlt meinen, äh... Du hast einfach richtig intensiv eingestellt. Flash! Ja, dann drehe ich da um. Dunge, Junge, Junge. Hä? Ja, wollte zu viel. Er hat einfach... Oh nein! Jetzt wird die Kacke... Nein! Wie kann man das überspringen? Jetzt hat er die Kacke wieder eingestellt. Ich muss das mal eben umstellen. Ging das nochmal? Spieleentstellung. Automatische Verfolgungskamera. Okay, ist aus. Ich will den Scheiß nämlich nicht sehen. Ich wollte auf E drücken, um den Bot zu übernehmen. Und dann hab' ich R gedreht. Und ich verkacke. Verkacke. Passiert mich nicht, wie ich gestorben bin. Oh! Sackgesicht! You aim too high! Da am Arsch. Wehe! 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 Jetzt gehen's auf B. Das wär' der Perfekte. Das wär' perfekter als perfekt. Das wär' so perfekt, dass es schon überperfekt wäre. Ich weiß einfach, dass da doch einer ist! Warum kommst du dann, wenn ich nicht mehr dahin gucke? Da gibt's Jungle. Jungle? Wo ist das Jungle? Was? Nein, was? Das hab' ich verkackt? Oh, ich war so sicher, dass ich drauf war. Oh, na gut. Das war, äh, nicht so cooles Game. Das war ja ein bisschen langweilig. Aber, ähm, trotzdem verdanke ich mich. Bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal! Haut rein!